Hallo und herzlich willkommen zurück in den Slums. Wir sind hier zurück bei... Jetzt dreht er sich weg. Wir sind hier zurück bei Book of Unbidden Tales Teil 2 und ja, wir stecken hier irgendwie fest, wir bekommen... Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Wenn ich es den beiden doch nur heimzahlen könnte. Okay, wir müssen also beiden irgendwie was machen. Okay, hier ist noch das markierte Fass. Zloff hat das Fass ordnungsgemäß bezahlt. Es gehört ihm. Er sollte es abholen lassen, bevor es noch verschwindet. Ja, also ganz arg komisch. Wir stecken jetzt hier irgendwie fest. Ich dachte, ich kann dem vielleicht irgendwie das Fass rüberbringen, damit er damit irgendwie arbeiten kann. Aber offenbar geht da nichts. Hier sind wir irgendwie auch noch. Was ist mit dem Karren? Habe ich den schon? Dieser Karren steht schon lange hier. Seltsam, dass er weder für die provisorische Zeltstadt noch für die Barrikaden benutzt wurde. Okay, da haben wir gar keine Möglichkeit. Dann gehen wir zurück ins Gasthouse. Da wartet ja noch unser richtig guter Freund da hinten. Ah, wenn ich den schon sehe. Oh, und der Reporterfuchs ist auch da. Das ist der Reporter, der sich oben an der Lostrommel von der Ratsvorsitzenden die Nachrichten in den Blog diktieren ließ. Wenn ich jemals einen frustrierten Menschen, Fuchs, Dings gesehen habe, dann ihn. Ja, es sieht echt... Aber wir können sogar mit ihm reden. Und ich denke... Was ist hier noch? Postkarte Aushang? Sollen wir uns jetzt erst... Ja, geben wir uns erst dem Negativen irgendwie hin. Swinging Seefelds. Die Stadt, die niemals schläft. Die Postkarte wurde eindeutig vor dem Krieg verschickt. Sogar der Turm der Zaubererschule steht an seinem Platz. Okay. Swinging... Hm. Ein Blatt Papier mit vielen Absätzen in kleiner Schrift? Ausschankgesetz steht drüber. Vielleicht Regeln für verschiedene Trinkspiele? Okay. Ah, guck. Mit der Postkarte. Aber wie es sogar unsere... Hier die Knome wieder reingeschafft haben. Ich kann die Oberstadt nicht betreten. Das Tor ist versperrt. Ach, das ist eine Karte. Und damit kann ich an die verschiedenen Punkte hier in der Stadt direkt hinspringen. Ah, das ist ja... Naja, offenbar nicht. Ich dachte, das gilt dann irgendwie als Karte. Okay. Direktor Bloch scheint Gold zu zählen. Große Mengen Gold. Woher hat er das? Na, fragen wir ihn doch einfach. Hallo, Herr Direktor Bloch. Wetterquarz. Haben Sie nicht noch Dinge in der Schule zu erledigen? Ich bin quasi immer noch dabei. Ich hole nur gerade Werkzeug aus der Stadt. Nun gut. Ich muss gestehen, dass mich Ihre Leistungen am heutigen Tage nicht enttäuscht haben. Ja? Ja? Ich habe nichts erwartet. Deswegen war ich weder überrascht noch enttäuscht, dass Ihre Ergebnisse im Vergleich zu denen einer diplomierten Fachkraft abfallen. Oh, dann lassen wir das verschwinden. Sie wollen anscheinend wirklich dringend, dass die Ratsvorsitzende siegt. Natürlich. Sie sehen Ihre Spenden als Investitionen in die Zukunft. Und Sie wissen, wie man etwas bewirken kann. Ähm, okay. Ähm... Ich glaube, Sie geben mir unfair schwierige Aufgaben, damit ich sie nicht schaffe und Sie mich loswerden können. Oh, ich werde Sie mit ganz gewöhnlichen Aufgaben los, Wetterquarz. Es ist nicht Ihre Schuld. Man hätte Sie nicht in eine Position bringen dürfen, in der Sie mit Aufgaben konfrontiert werden, die Ihre Ausbildung und Ihre Fähigkeiten übersteigen. Ich muss weiter. Ich erwarte Sie morgen nach der Einweihungsfeier zum Mitarbeitergespräch. Dann werden wir uns über Ihre Leistung unterhalten. Sehr wohl. Ich und mein Golem werden es Ihnen schon zeigen. So ein Blödmann. Okay, da kriege ich ächtlich Aggressionen hier. Also, ja. Gut, dann reden wir mit dem deprimierten Fuchs. Ähm, Entschuldigung. Ah, Wetterquarz, oder? Sie kennen mich? Die Ratsvorsitzende hat mich gebeten, mal ein wenig in deiner Vergangenheit zu schnüffeln. Dreckige Wäsche finden. Nichts. Der Magierumhang ist ja auch noch ganz neu. Ich habe ihn bekommen, als ich Professor wurde. Gefällt er Ihnen? Sehr schön. Warum störst du mich beim Trinken? Ich habe ein paar Fragen. Ein paar gleich. Der Umhang ist ganz neu. Ähm. Ich habe Sie oben gesehen. An der Lostrommel. Ratsvorsitzende von Buren war auch da. Jep. Keine meiner Sternstunden. Lasse mir von einer Politikerin sagen, was ich über sie schreiben soll. Warum tun Sie es dann? Integrität kann man nicht trinken. Außerdem ist es großartig, die Meinung so vieler beeinflussen zu können. Was ich schreibe, ist am nächsten Tag Thema, weißt du? Ah, wir müssen den Fuchs irgendwie beeinflussen. Ich finde, Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Nein? Warum sollte ich das nicht sein? Ich habe immer eine Handbreit Schnaps im Bauch und habe noch nie so viel Gold gemacht wie dieses Jahr. Ich habe es für Weiber, Alkohol und schnelle Pferde ausgegeben. Und den Rest habe ich einfach verprasst. Ich muss einfach glücklich sein. Ähm. Sie sind der Herausgeber des Ausgucks, oder Herr... Fuchs. Archibald Fuchs. Sie heißen wirklich Fuchs? Was dagegen? Ist das nicht... Naja, etwas unkreativ? Sie sind ein Fuchs? Sie heißen Fuchs? So ist es nun mal. Das ginge auch subtiler. Heutzutage ist jeder ein Kritiker. Okay. An was schreiben Sie gerade? Einem Artikel für die morgige Ausgabe. Hausdrachenangriffe nehmen zu. Kleinkind attackiert. Wie klingt das? Das ist ja schrecklich. Geht es dem Kind gut? Keine Sorge. Das Kind gibt es ebenso wenig wie ein Problem mit Hausdrachen. Aber warum schreiben Sie dann darüber? Ist das nicht offensichtlich? Der Erzmagier tut einfach nicht genug gegen dieses Hausdrachenproblem. Aber ich dachte, das gibt es nicht. Die Ratsvorsitzende hat sich des Themas nun angenommen und hat endlich ein Gesetz erlassen, das die Hausdrachenhaltung streng reglementiert. Alle gewinnen. Meine Zeitung, weil sie als erstes über dieses dringende Problem berichtet hat. Die Ratsvorsitzende, weil sie schnell und entschlossen gehandelt hat. Die Bürger, weil sie sich nun endlich nicht mehr wegen der Hausdrachen sorgen müssen. Machst du dir Sorgen wegen der Hausdrachen? Ähm, nein. Siehst du? Alles Dank Frau Van Buren. Ja, kennt man irgendwie aus der aktuellen Politik auch ein bisschen. Nur heißt sie nicht Van Buren, sondern von der... Naja, egal. Ähm... Mir ist aufgefallen, dass sie immer wieder aus demselben Glas trinken. Und? Äh, sollte das Glas nicht irgendwann leer sein? Ist ein magisches Glas, hat Sloth sich ausgedacht. Er wollte mir nicht ständig neue Gläser bringen, ich nicht auf den nächsten Drink warten. Also hat er das Glas magisch mit einem der Fässer hinter der Theke verbunden. Eine Win-Win-Situation. Das ist natürlich praktisch, wenn sich das Glas nie leert, aber wie macht er die Abrechnung? Ähm... Ich glaube, ich habe eine Geschichte für Sie. Eine echte Geschichte. Ja? Jetzt gerade verhandeln der Hauptmann der Stadtwache und ein stadtbekannter Händler über Bestechungsgelder. Was sagen Sie dazu? Bin schockiert. Nein, ganz ernsthaft. Jorge schmuggelt Alkohol in die Unterstadt und umgeht den Zoll. Herr Schildträger weiß davon und will sich bestechen lassen. Wilbur, weißt du... Herr Fuchs, Sie sind doch Reporter. Es ist Ihre Aufgabe, solche Vorgänge aufzudecken. Wissen Sie, warum Sie sich so mies fühlen? Weil Sie ein Spürhund sind. Äh, Fuchs. Weil Sie ein Spürfuchs sind. Sie wollen sich nicht nur Geschichten ausdenken und sich Propaganda diktieren lassen. Sie wollen ermitteln. Sie wollen aufdecken. Sie wollen entlarven. Also schön. Komm mit und schau dir an, wie dieser alte Fuchs die Böse lebt. Ja, wir kommen in die Oberstadt, oder? Super. Es gibt nur noch ein Problem. Die beiden sind in der Oberstadt und das Tor ist zu. Ich bin Reporter. Ich habe überall Zugang. Ja, und damit sind wir wieder in der Oberstadt. Das ist doch Blödsinn. Würde ich dir ein Goldstück pro Fass abgeben, würde ich bei drei Goldstücken kosten, nur noch sechs Goldstücke Gewinn machen. Da könnte ich auch gleich Steuern zahlen. Ich will meinen Anteil. Ohne meinen Anteil läuft hier gar nichts. Guten Abend, meine Herren. Und jetzt auch noch der. Was muss ich vernehmen? Werden in dieser Stadt etwa Wucherpreise für Alkohol verlangt? Und wird dieser Alkohol am Zoll vorbei in die Unterstadt geschmuggelt? Ich war gerade dabei, die Vorgänge aufzuklären. Was willst du, Fuchs? Troll dich, wir haben hier Geschäfte zu machen. Deswegen bin ich hier. Ich möchte meinem jungen Freund dort zeigen, wie in dieser Stadt Geschäfte gemacht werden. Genau. Immerhin gibt es Gesetze. Richtig. Laut Gesetz müsste Jorga auf viel Geld verzichten. Schildträger wäre Job und einflusslos und ich müsste mir über die Alkoholzufuhr sorgen machen. Was schlägst du stattdessen vor? Ich bekomme meinen Alkohol künftig zu normalen Preisen. Kein Wucher mehr für den alten Fuchs. Jorga, du benutzt weiter den Kran und sparst dir den Zoll. Ein Teil der Ersparnis steht unserem tüchtigen Hauptmann Schildträger hierzu. Ich spare Gold. Du verdienst weiterhin mehr, als der zusteht und Schildträger macht eine Kleinigkeit nebenher. Alle gewinnen. Wie klingt das? Ähm... Aber... Klingt fair für mich. Hm. Ja, gut. Dann ist das abgemacht. Komm, Schildträger. Es gibt was zu feiern. Dem kleinen Wilbur hier war sofort klar, dass die Situation unhaltbar war. Ein Geschäft, bei dem du bisher verdient hast und plötzlich leer ausgehen solltest. Unmöglich. Danke, Wetterquarz. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Hier. Damit kommst du jederzeit von der Unterstadt in die Oberstadt. Hast ihn dir verdient. Oh, Schlüsselmeister. Das hier ist die Welt, die ich mit aufgebaut habe. Anstatt sie zum Einsturz zu bringen, bin ich eine ihrer Säulen geworden. Das ist der Grund, warum ich nicht glücklich bin. Und somit haben wir alles, alles noch verschlimmert. Oh mein Gott. Ja, wir wollten dem Ganzen irgendwie helfen, aber ja, jetzt ist alles irgendwie noch ein bisschen schlimmer geworden. Aber wir sprechen mal mit Jorke. Hallo, Jorke. Wilbur. Ähm. Wie man hört, ist dir Herr Schildträger auf die Schliche gekommen. Jemand muss ihm einen Tipp gegeben haben. Er selber ist nicht gerade das hellste Licht am Firmament. Aber wer könnte es gewesen sein? Warum erzählst du mir eigentlich so freimütig all diese Sachen? Das mit dem Zoll, mit Herrn Schildträger, der Ratsvorsitzenden. Du bist doch einer von uns. Lebst in der Oberstadt, bist Professor an der Zaubererschule. Hey, erzähl mal. Du hast doch den Erzmagier bestimmt ordentlich bluten lassen, oder? So als einziger zur Verfügung stehender Diplommagier. Wahrscheinlich bekommst du jeden Monat dein Gewicht in Gold aufgewogen. Ich bekomme einen Apfel. Und so gerne rede ich nicht darüber. Hehe, kann ich verstehen. Am Ende wollen die anderen noch etwas vom Kuchen abhaben. Du kannst nun also weiterhin unbehelligt deinen Alkohol schmuggeln? Dank dir. Es war ein Fehler, Schildträger seinen üblichen Anteil vorzuenthalten. Eine Hand wäscht die andere, und am Ende haben alle mehr Gold in der Tasche. Das System funktioniert. Ich muss weiter, Jorke. Bis dann. Bis dann. Ja, wir haben die Korruption einfach noch weiter. Okay, probieren wir mal in die Schule zu gehen. Der Troll hat alles stehen und liegen gelassen und einfach Feierabend gemacht. Vielleicht sollte ich das bei der nächsten Mitarbeiterversammlung einmal ansprechen. Na, klasse. Okay, gehen wir ins... Was ist mit der Tür? Remi hat durchblicken lassen, dass ich mich da drin einmal umsehen soll. Etwas stimmt mit Direktor Bloch nicht. Das ist klar. Allerdings ist die Tür bestimmt verriegelt. Hm. Ob ich sie knacken kann? Hehe, die Türgriffe sehen fast wie Ohren aus. Da war entweder der Zufall am Werk oder ein alberner Schlosser. Hey, das habe ich gehört. Du kannst sprechen? Und hören. Wen nennst du hier albern, hm? Ah, okay. Ähm. Oh, tut mir leid. Ich bin Lehrer an dieser Schule und möchte gerne ins Lehrerzimmer. Wie lautet der Code? Ich habe manchmal das Gefühl, dass mir ständig Probleme in den Weg gelegt werden. Das nennt sich das Leben. Nein, ich meine das ganz wörtlich. Irgendjemand denkt sich Probleme aus, die ich dann lösen muss. Anders ist das alles hier doch nicht mehr zu erklären. Ähm. Du kannst hören und sprechen? Allerdings. Warum? Ich meine, warum muss alles in dieser Welt lebendig sein? Wie sollte ich den Zugangscode hören, wenn ich keine Ohren hätte? Hm? Und wie könnte ich Ihnen sagen, dass der Code falsch ist, wenn ich keinen Mund hätte? Hm? Da ist was dran. Okay, ähm. Ich glaube, ich kenne den Code nicht. Ohne Code? Kein Zugang. Mist. Vermutlich hat Direktor Bloch nur vergessen, ihn mir zu sagen. Ohne Code? Kein Zugang. Na. Hm. Irgendwie muss ich an diesen Code kommen. Okay, und da waren sie wieder meine kleinen Probleme. Tja, das war's für heute. Wir sind rausgekommen aus den Slums und können uns jetzt hier um die Richtung... Ich muss weiter. Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen. Mir egal, ich bin nur eine Tür. Ja, können wir uns hier um die nächsten Probleme kümmern. Oh, ist das immer... Warum muss es immer nur Probleme geben? Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.